Moin Moin, der Filmrezensent mal wieder hier. Diesmal befasse ich mich mit 13 Be Loved, Alternativtitel 13 Game of Death. Dies ist eine thailändische Comicverfilmung von Regisseur Chukyat Sakverakul. Produziert wurde er von Brachia Pinkaev, der auch Ongbak produzierte. Ich hoffe mal, ich habe die Namen richtig ausgesprochen. Der Film erschien 2006, zumindest in Thailand. Bisher ist er bei uns leider nur als UK-Import ohne deutsche Tonspur erhältlich. Die Story dreht sich um einen Mann, der alles verliert, was ihm lieb ist. Auto, Job und seine Freundin. Daraufhin bekommt er aber einen Anruf, in dem ihm eine mysteriöse Stimme 100 Millionen verspricht, sollte er 13 Spiele meistern. Anfangs zögernd lässt er sich schließlich darauf ein. Fangen die Spiele noch harmlos an, wie zum Beispiel eine Fliege töten, so wird der Ekel- und Gewaltfaktor mit jedem Spiel deutlich angezogen. Schwache Mägen ebenso wie schwache Gemüter sind hier vorgewarnt. Um noch mehr von der Story zu erzählen, müsste ich schon zu sehr spoilern, denn seine volle Wirkung entfaltet der Film erst richtig durch die Überraschungseffekte. In eine Genre-Schublade lässt sich der Film nicht wirklich stecken. Er enthält Elemente von Horror, Komödie, Drama und Mystery-Thriller und somit würde ich ihn als wilden Genre-Mix bezeichnen. Als Protagonist ist der junge Schauspieler Chris Sada Terrence zu sehen, der sichtlich bemüht wirkt, den Film auf seinen Schultern zu tragen. Auch generell sind die schauspielerischen Leistungen als die Schwäche des Films zu sehen, da die Akteure, wie ich schon öfters in thailändischen Filmen beobachtet habe, zum übertriebenen Overacting neigen. Aufgrund des niedrigen Budgets sind einige schlechte Effekte zu verzeihen, denn dafür ist der Look des Films allererste Sahne, ebenso wie die Inszenierung. Diese ist sehr professionell und kann mit Hollywood-Filmen auf jeden Fall mithalten. Und trotzdem soll wohl mal wieder ein Remake in der Mache sein. So, das Fazit. Hebt sich Thirteen Beloft von der breiten Masse ab? Ich sage ja, dank gelungener Überraschungseffekte, kreativer Ideen und einem gelungenen Plottwist. Ich gebe dem Film folgende Punktzahl. Als vergleichbare Filme könnte man die Hollywood-Blockbuster Eagle Eye oder Nicht-Auflegen nennen, da diese ebenfalls das Story-Element der mysteriösen Anrufe und darauf folgenden Prüfungen für die Protagonisten aufnehmen. Den Link zum Trailer zu Thirteen Beloft findet ihr in der Beschreibung. Kommentare zum Film und zur Kritik sind natürlich erwünscht. Und ich schaue jetzt erstmal, ob ich noch einen Schnitzel auftreiben kann. Haut rein! Kurvor 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 Untertitelung des ZDF, 2020